hallo ihr lieben da draußen es gibt wieder ein thema was mich seit zwei tagen sehr beschäftigt und zwar hat das mit unserer so unterschiedlichen wahrnehmung der dinge zu tun aktuell natürlich geht eine große spaltung durchs volk ein großer riss der vor allen dingen begründet ist in der unterschiedlichen wahrnehmung der dinge und deshalb ist mir dieses wort so in den sinn gekommen beziehungsweise entspringt wahrscheinlich aus meinem wunsch heraus irgendwie zu gucken ja wie kriegt man denn diese spaltung oder diese sehr unterschiedliche sichtweise der dinge geheilt oder verbunden wie kann man einen einen brückenschlag machen so dass diese spaltung oder dieser tiefe graben nicht noch tiefer wird sondern im gegenteil man seile von der einen seite auf die andere seite wirft in der hoffnung dass man wieder zusammenrückt trotz unterschiedlicher wahrnehmung und da sage ich jetzt ganz bewusst trotz unterschiedlicher wahrnehmung denn dass jeder von uns eine andere wahrnehmung hat ist selbstverständlich das geht gar nicht anders wir alle kommen aus unterschiedlichen kontexten aus unterschiedlichen stellen aus unterschiedlichen also stellen mit nicht mit e geschrieben sondern mit e geschrieben der stall aus dem wir kommen wir sind unterschiedlich sozialisiert haben alle eine andere erziehung genossen haben andere denkweisen andere sichtweisen und das ist völlig in ordnung es ist selbstverständlich es soll sicherlich sogar so sein weil sonst das leben wahrscheinlich strunz langweilig wenn wir alle das gleiche wahrnehmen würden und die dinge auch gleich beurteilen würden ja dann können wir eigentlich einpacken weil dann findet gar kein spannender austausch mehr statt die frage ist ja nur wie gehen wir mit diesen unterschiedlichen wahrnehmungen und den unterschiedlichen sichtweisen um mir ist im zuge dessen die geschichte von dem elefanten und den blinden eingefallen das ist so ein ja wie sagt man so eine art jetzt fällt mir das wort dazu nicht eine klassische wortfindungsstörung eine analogie danke danke eine analogie zum thema wahrnehmung also eine gruppe von nicht sehenden nicht sehen können denn blinden menschen soll einen elefanten beschreiben und sie werden also an diesen elefanten geführt und tasten dann diesen elefanten ab und natürlich wird derjenige der hinten am schwanz das elefanten ist und den schwanz abtastet sagen oh ja ein elefant das ist etwas sehr schmales puscheliges und der der vorne am stoßzahn des elefanten ist wird sagen oh das ist aber ziemlich hart und groß und auch ziemlich spitz das da könnte man sogar schaden nehmen wenn man damit irgendwie in konflikt gerät der nächste wird am bauch rumtasten und sagen ja das ist sehr rau und sehr sehr in der rauheit aber auch sehr glatt und das ist sehr großflächig lange rede kurzer sinn wer am ohr ist wird was anderes wahrnehmen als derjenige der am brüssel ist und derjenige der womöglich unter dem elefanten sitzt wird feststellen da ist überhaupt nichts so und dann könnte man natürlich auch ins streiten kommen untereinander und sagen ja aber ich empfinde hier was ganz anderes ich nehme etwas ganz anderes war ich nehme etwas ganz anderes für war das ist meine wahrnehmung und jeder der von außen drauf guckt wird sagen ja kinder sie haben aber alle recht sie haben alle recht weil jeder seine persönliche wahrnehmung kundtut kundtun darf weil er ist zurzeit eben genau an dieser stelle und ich denke die große kunst ist jetzt sozusagen diese puzzle teile so zusammenzufügen dass am ende vielleicht die große wahrheit was ist ein elefant zusammengefügt werden kann oder erkannt werden kann damit ist der elefant dann trotzdem in seiner komplexen wahrheit immer noch nicht wahrgenommen denn da kommen ja noch ganz andere ebenen dazu es ist ja nicht nur das berühren und das äußerliche herantasten sondern das ist ja auch der elefant mit seinem körper ja das ist das materielle aber auch mit seiner seele mit seinem geistwesen und mit seiner art sich dann zu äußern zu benehmen das ist so komplex dieses thema das heißt die große ganze wahrheit ist so komplex dass sie ein einzelner noch dazu wenn er blind ist in dem moment nicht wahrnehmen kann sondern er nimmt nur den ausschnitt war so und wenn ich jetzt analog mal für mich übersetze wir haben den korona elefanten und da haben wir auch die die diesen korona elefanten ganz anders wahrnehmen müssen aus ihrer blindheit sage ich jetzt mal these provokant weil es nämlich nur die eigene sichtweise in diesem moment ist jemand der zum beispiel menschen verloren hat an korona oder hat menschen leiden sehen wird zwangsläufig einen ganz anderen blick darauf haben als jemand der damit überhaupt nicht in berührung gekommen ist der vielleicht vorne beim stoß zahlen ist und eine ganz andere meinung darüber hat der vielleicht auch auf ganz andere dinge achtet der vielleicht dann eher moniert mein geschäft wird zerstört ich habe ein restaurant und ich habe jetzt schulden für den rest meines lebens ich muss diesen laden abstoßen der kriegt einen ganz anderen blick auf diesen corona elefanten auf diesen riesigen corona elefanten und das ist auch verständlich aus seiner sicht heraus da kommen wir dann so in die beiden extremen situationen von was weiß ich die kovidioten und die corona schlafschafe oder um mal jetzt so die beiden ganz schlimmen schlag begriffe zu nennen mit denen sich beide seiten im extremsten falle gegenseitig beschimpfen statt zu sehen jeder sieht nur ein puzzel teil und hat das volle recht seine wahrnehmung zum ausdruck zu bringen und auch da ist die große kunst das große ganze zu sehen dann gibt es wieder die unter dem elefanten wie was ich vorhin gesagt haben die sagen da ist gar nichts da ist gehende leere da ist überhaupt kein elefant die gibt es in all dem auch die sagen dann ja es gibt keine viren das gibt es auch und ich möchte an dieser stelle ganz bewusst sagen ich halte mich da aus allem raus ich versuche nur zu gucken ja wie kriegt man denn jetzt dass all diese verschiedenen wahrnehmungen die subjektiv richtig sind die da sein dürfen wie kriegt man das hin nicht in diese polarisierung zu kommen von ich habe recht und du hast nicht recht und der andere sagt genau das gleiche nein ich habe recht meine sichtweise ist richtig mein elefant sieht so aus und der ist so punkt und der andere sagt nein mein elefant sieht so aus und der ist so punkt wie kriegt man da die brücke geschlagen das verständnis für die unterschiedlichen wahrnehmungen aufzubringen vielleicht auch erst mal neu lernen zu müssen oder lernen zu dürfen das ist ja auch was tolles wenn man nicht mehr sagen muss wer meine sichtweise angreift wer meine wahrnehmung angreift ist falsch sondern erfahren zu dürfen dass es tatsächlich sein kann dass die andere wahrnehmung auch recht hat für sich und dass das nichts schlimmes ist sondern dass man sagen kann wow ja es gibt sowohl die eine wahrnehmung als auch die andere und die müssen sich nicht zwangsläufig ausschließen sondern es könnte am ende sogar sein dass jeder mit seiner hand am elefanten richtig ist und recht hat und dass wir jetzt die große aufgabe haben den komplexen ganzen elefanten anzugucken und zu sagen ja es gibt das eine teil an dem ende das andere teil an dem ende und das ganze ergibt ein mosaik und ein bild und das können wir uns ja vielleicht aus der vogelperspektive angucken und sagen boah ist ganz schön riesig dieser elefant und dieser elefant hat so viele aspekte und alle aspekte dürfen da sein da sind die wackelnden ohren da ist der schwanz da ist der rüssel da sind die stoßzähne und alles hat eine daseinsberechtigung und dann wird vielleicht aus den vielen individuellen wahrnehmungen für wahrnehmungen am ende vielleicht auch so was wie eine große ganze wahrheit von der wir alle teil sind und wo jeder seinen anteil hat und haben darf und ich wünsche uns allen dass wir aus dieser großen schlussfolgerung was am ende die ganze wahrheit sein wird und das können wir alle nicht sehen denn wir sind alle blind haben alle unsere auch blinden flecken aber dass wenn wir das mal erkennen können wie groß diese wahrheit ist dass wir dann in frieden kommen damit und in gegenseitiges händereichen in gegenseitiges verständnis füreinander und für unsere unterschiedliche wahrnehmung das wünsche ich uns aus tiefstem herzen weil sonst kommen wir nicht raus aus dieser situation und sonst können wir nicht den ganzen elefanten sehen in diesem sinne viel freude beim entdecken der unterschiedlichen wahrnehmung unterschiedlicher menschen ohne angst zu haben davor dass die eigene wahrnehmung zu klein ist oder zu kurz kommt oder nicht gehört wird wünsche uns alle viel wachstum dabei